mal eben kurz auf Toilette ich glaube du wirst heute nicht nur auf Toilette gehen Harper tut dir nicht weh nein tut dir nicht weh auch nicht so bitte nicht alles gut ich hab dich danke fürs Funk ja bei Funk habe ich aber auch so ein bisschen Fangirlmoment muss ich ja zugeben ich habe auch noch ein bisschen Jetzt sacke ich aber gerade noch richtig rein. Okay, hier. Ich habe es. Okay, okay, okay. Okay, come on, come on, come on. Okay. That was some easy. Easy, have you talk was that, not? Hmm, I fucked that. Wow. Aua. Warte mal. War nicht nett. Ich wollte dich zwar anspringen, aber nicht so. Unglaublich mit dir. Ja. Hallo? Ja. Warum du lachst? Ich weiß nicht. Ich will dran und isst, als... Ja, das hab ich gesagt. Wann? War das jetzt jemand von denen, wo besoffen war oder nicht? Ja, ja, ja. Geh besser aus dem Weg, du Bitch. Mal, verpiss dich da, Mann. Verpiss dich da! Oh, oh. Ähm. Oh, oh. Fuck. Ah. Nimm die Sold. Oh. Könnt ihr den Streifen machen? Oh mein Gott. Ja, Hawk? Ja. Äh. Da ist eine Person bei dir vorm Haus. Eine Person vor dem Haus. Also, denk ich mal, dass das dein Haus ist oder beziehungsweise Wohnung oder so. Du hast eben von Cops-Hochbruch gesprochen. Ja. Äh, Pegasus-Apartment, ist das richtig? Ja. Äh, wenn man aus dem Ausgang rauskommt, rechts. In nem Busch? Ja, ich glaub, das war ein Busch, der da ist. Ja, das bin ich. Hallo. Das ist dein Ernst. Doch. Nö. Ist nicht dein Ernst, ob es du wieder hier... Was zur Hölle? Ja, 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 ja. Lass mich doch aus meinem Haus kriechen und halb ich hier lecke hängen. Äh, den Fuß so gestoßen. Ja, ja, ja. Der Fuß... Er hat noch nie... Ähm... Ähm... Weil du grad darin anscheinend beteiligt bist. Ähm... Ja, äh... Wie beschreib ich das am besten? Du bist halt... Bist halt momentan eine Tatverdächtigin in einem sehr schwierigen Fall. Hä? Wie? Ich... Was? Ja, deswegen muss ich jetzt die Frage stellen, ähm... Willst du meine Tatverdächtigin sein? Oh mein Gott. Oh, Bart, ich will dir halt reinhauen, Mann. Oh, ich hab mir auf jeden Fall Arme verletzt. Sie haben ein bisschen am Bluten auch, ne? Oh, wirklich? Ja, guck doch mal, hier mein ganzer Arm ist aufgeratscht hier. Oh Mann, soll ich blasen? Also, pusten. Pusten! 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 Das Kopfkino läuft schon. Schwimmen? Also, sollte... Locker machbar. Also, wenn sie ausformieren möchten, tun sie sich keinen Zwang an. Okay. Ähm. 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 Ja? Dacht ihr nicht wirklich, oder? Sagen Sie mich nicht? Ich dachte, Sie kennen sie! Was ist das? Sein Sonntag von der Einreise. Was, was, ähm. Sieht doch super aus, oder nicht, Mensch? Ja, ich find's fantastisch. Ja. Super. Also. Ja. Sie haben gesagt, tun sie sich keinen Zwang an. Ja, ne. Finden sie sich wie zu Hause. Also, ich mein, vielleicht ist das bei dir zu Hause. Also, finden sie sich wie zu Hause. Oh, 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 oh. Du bist so angestellt. Du bist klar. Ey, doch Schubi. Nicht schlecht. Wenn du clever... Nicht schlecht. Oh, fuck. Wenn du clever gewesen wärst, okay? Wann ist das eigentlich ein Ding, dass ihr alle Masken drauf habt? Warum weiß ich nichts von der Party? Ja, was soll ich jetzt sagen, ne? Sicher ist sicher. Nachdem eine Ärztin hier waren und danach geredet hat. Ja. Bin zu wissen. Ja, was soll ich dir sagen, ne? Wenn du vor heute eingeplant gewesen wärst, hätte ich dir Bescheid gesagt. Ja, ich weiß, ich weiß. Brauchst du noch eine? Ist deine Schuld. Amigo, das bringt jetzt auch nichts mehr, ne? Ich glaube, er ist so dumm, oder was? Gib ihm ruhig eine. Oder du dachtest du, ich nehme jetzt die Maske von dir an und, äh, und tu so, als er hätte ich mich nicht gesehen. Glaubst du echt, ich bin so dumm, oder was? Nein, vielleicht sind sie so dumm. Glaubst du, ich bin so dumm? Sind wahrscheinlich so dumm. Das wird nicht frech, ne? Ich dreh durch, Junge.